Packs aber dann halt nur so irgendwie wie Tech-Hits, keine Ahnung wo 30 Milliarden 1000 Mods drin sind und das bei manchen Computern fängt das halt an zu laggen oder die Performance ist halt nicht so geil und ja ich hab mal ein bisschen im Internet geschaut aber ich hab gar kein Modpack gefunden was so ja vielleicht so 20 Mods hat oder so ein paar nützliche coole Mods hab ich halt nichts zu gefunden und falls ihr was wisst oder euch vielleicht sogar ein bisschen damit auskennt dann wäre es geil wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet und ja zufälligerweise vielleicht weiß das ja jemand von euch von den paar Leuten die mir hier zuschauen oder auch nicht hier noch ein bisschen das Holz weg dann kommt hier auch gleich ein Zaun drumherum damit wir nicht runterfallen und schauen zu sterben mit dem gebrochenen Bein kommen wir dann nicht mehr hoch in das Hochhaus und sterben elendig unten im Wald richtig hammergeil jetzt haben wir ein bisschen Holz davon ganz cool dass wir davon so viel Holz haben anscheinend habe ich doch letzte Runde was den ganzen Jahr produktives gemacht ich will nicht alles haben wo klick 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 bisschen Holz brauchen wir auch noch so zum bauen okay die paar Dinger so hier kommt jetzt erstmal ein Geländer dran passt jetzt farblich nicht wirklich aber hey besser als gar nichts abbauen dann kann ich habe glaube ich dieses komische Dinge ins Jahr an wo auch fach wie ist denn das als standard 50 ne auch 100 auch nicht wie viel hatte ich denn das gerade 80 so das ist normal krass wie groß das alles auf einmal ist doch ein bisschen weiter weg so pipapo wir haben jetzt unser Feld gemacht und jetzt müssen wir ein bisschen farmen gehen schmeißen wir hier alles mal rein was wir haben außer den Eimer den müssen wir mitnehmen das können wir auch hier rein das können wir auch hier reinschmeißen wir haben nicht mal mehr Stein für Dingens für behacken so pipipipip wir haben uns alle lieb und jetzt gehen wir ein bisschen in die Mine hier verdammte scheiße ey und es wird auch Nacht also hat sich gut getroffen ja das wäre ja ich habe der Treppe gebaut und läuft trotzdem ein bisschen außen rum so jetzt gehen wir hier runter also ich hatte schon gerne so ein paar Montschen drin wie keine Ahnung vielleicht den Timbermott oder so damit man schneller Holz abbauen kann zwar nicht so notwendig aber ja so halt paar kleine Spielereien oder paar neue Sachen die das Spiel auch ein bisschen interessanter machen wie zum Beispiel hier dieser Flans Mod glaube ich der bringt da halt zum Beispiel Waffen in das Spiel rein oder was gibt es noch so Einrichtungsmods zwar könnte ich die alle einzeln installieren aber die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch dass mein Minecraft dann nicht mehr funktioniert wenn die nicht alle kompatibel miteinander sind also je nachdem welche Version man dann installiert will ja wenn man dann halt zu viele zur Auswahl hat ich versuche das dann mal später nochmal mit Attack of the B Team ob ich das aufnehmen kann ob meine Performance mehr oder weniger okay ist weil das finde ich echt geil also ich habe da jetzt auch ein bisschen alleine gespielt auf einer kleinen tropischen Insel und äh da habe ich schon meine kleinen Minions ist zwar nicht so schwer die zu bekommen aber ey die sind richtig geil die bauen dir dann hier deinen eigenen Schacht dann müssten wir jetzt die Scheiße hier nicht machen und könnten eher hier die ganze geile Welt erkunden aber naja das ist das Leben Leute nicht jeder macht vor euch die Drecksarbeit außer man hat Minions wenn ihr Minions habt ruft mich an ja dann sagt mal Bescheid vielleicht können wir da mal ein bisschen was regeln so so viel Kohle jetzt ernsthaft jetzt wird das bisschen krass normalerweise hat man gar keine Kohle also jedenfalls ist das bei mir so ich suche dann jahrelang und finde nix oder wenn ich gerade in äh so einer Bauphase bin wo ich ganz viel baue dann fehlt das auch manchmal an Kohle wird mal Zeit dass wir mal ein bisschen äh Eisen oder so ein Zeug finden und ich höre Wasser könnte auch ein Skelett sein aber ich glaube das ist Wasser was in der Ferne rum plätschert hier ja die ähm erste und die zweite Folge sind schon draußen und äh und äh ja ich rob noch mal ein bisschen an den äh an der color correction color correction rum habe ich ja gesagt ich höre Wasser und hier Lava wie haben wir schon mal ein bisschen Lava 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 die könnten wir ähm mitnehmen und dann als ähm Fuel nehmen für unseren Ofen als äh zum schmelzen das geht auch man kann äh einen Eimer nehmen bisschen Kohle rein äh Lava reinpacken meine ich die in den Ofen schieben und dann kann man auch damit ein bisschen ähm schmelzen und so ein Zeug aber ich denke mal wir lassen die hier erstmal für den Anfang weil so nötig haben wir es jetzt auch nicht und ähm den Eimer halten wir jetzt gerade mit Wasser füllen können falls wir in Lava reinfallen und anfangen zu brennen und so paar Diamanten werden jetzt auch nicht schlecht also hm da hätte ich kein Problem mit da macht meine Maus hier wieder den Super Modus Double Time alter ist die Double Time Maus Double Time aber nur nachdem man die paar Mal auf den Tisch geklatscht hat die Maus okay äh als ich gucke mich ein paar Mal auf den Tisch gehauen ehrlich gesagt naja dann kann sowas passieren also das sollte doch eigentlich jeder von ich kennen dass irgendwann mal irgendwas kaputt geht nach dem dreitausendsten Mal auf den Tisch hauen so komm jetzt die Kohle die lassen wir hier das ist echt bisschen krass ich werde noch bisschen vorankommen war doch nur die Kante von dem Ding jetzt von dem Block ich dachte gerade da wäre jetzt ein Gegner oder sowas aber das war doch nur hier äh hier der Block Stein Stone Aha wieder Gravel 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 und hier ist Ende im Gelände ich denke wir müssen uns einen eigenen Schacht machen scheiße da müssen wir mal irgendwann ein bisschen Strip minen ich bin am nachdenken ob ich das Strip minen nicht doch lieber dann äh Offscreen mache und äh so halt die Welt erkunden und dann zeige ich euch was ich alles gefunden habe dies das aber eigentlich gehört das ja auch mit zum Spiel dass man ein bisschen ein bisschen ähm farmt ja das ist halt eigentlich ein Hauptbestandteil von dem Spiel äh abbauen hinstellen also hier einen Block weg da einen Block hin aber hier geht es ja noch irgendwo weiter hier unten oder ne ok dann gehen wir halt wieder raus nach Hause ähm ah was ist denn hier los ach ja hier war diese Kasse da sind wir hier einmal hoch kleinen Jump in and Run ganz klein so wie lange gehen wir denn auf auch schon eine halbe Stunde dann müssen wir schnell ins Bettchen gehen schnell hoch hier müssen wir auf jeden Fall mal verschönern hier die Treppe schnell hoch nach Hause hier müssen wir eine Falltür rein machen genau so ganz vergessen also super fällt und eine Runde pennen schauen wir mal nach was haben wir denn 18 ok es ist ganz ok ähm ja das war's dann bis zum nächsten Mal schaltet wieder ein wenn es heißt Minecraft Dominik Spaß das war jetzt voll der Fake aber ok äh ja ähm ja bis zum nächsten Mal haut rein und ähm tschüss